5 Uhr, die Nachrichten. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut zurückgegangen. Sie beträgt nun 7,2 nach 8,0 am Vortag, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert bei 13,2. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche angesteckt haben. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 1.016 neue Positiv-Tests. Das sind 439 weniger als vor einer Woche. Es wurden zudem 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion registriert. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen fordert ein höheres Impftempo. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, im Kampf zur Abwehr der Delta-Variante stehe man in einem Wettlauf mit der Zeit. Deren Einfluss werde umso geringer sein, je mehr Menschen in den nächsten Tagen und Wochen den vollen Impfschutz erhielten. Um aber schneller zu werden, müssten noch mehr Vakzine her, da Probleme bei der Auslieferung zulasten der Planbarkeit gingen. Die Bevölkerung warnte Gassen vor Leichtsinn und Sorglosigkeit angesichts aktuell niedriger Inzidenzwerte. Die derzeit hohe Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger dürfe nicht nachlassen, sonst drohe man das bereits Erreichte wieder zu verspielen. Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern die Politik auf, Präsenzunterricht zu Beginn des neuen Schuljahres auch im Fall einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zu ermöglichen. Verbandspräsident Meidinger sagte der Funke Mediengruppe, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Daher müsse jetzt in den Ferien alles getan werden, um im Herbst auch auf eine vierte Welle vorbereitet zu sein. Die GEW-Vorsitzende Finnern betonte, Politik und Verwaltung müssen den Sommer nutzen und die Schulen, Zitat, endlich krisenfest machen, etwa mit Luftfiltern in Klassenräumen. Eine wichtige Rolle spielen würden dabei auch Hygienekonzepte sowie eine effektive Teststrategie und Masken in geschlossenen Räumen wie Klassenzimmern, um eine Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern. In den USA haben die oppositionellen Republikaner einen Gesetzesvorstoß der Demokraten von Präsident Biden für eine weitreichende Wahlrechtsreform blockiert. Im Senat stimmten alle 50 republikanischen Vertreter dagegen, das über das Vorhaben debattiert und abgestimmt werden kann. Dafür nötig wären aber 60 der insgesamt 100 Stimmen gewesen. Die Demokraten bekräftigten nach dem Votum, sie würden an dem Vorhaben festhalten. Mit dem Gesetz wollten sie Regeln im Wahlrecht von mehreren republikanisch regierten Bundesstaaten entgegenwirken, die sie als unzulässige Einschränkungen etwa für Afroamerikaner oder Menschen lateinamerikanischer Herkunft kritisieren. Dabei geht es beispielsweise um eine Reduzierung von Wahllokalen in entsprechend geprägten Vierteln. Anders als im Repräsentantenhaus herrschen im Senat sehr knappe Mehrheitsverhältnisse, sodass die Demokraten dort häufiger auf eine Kooperationsbereitschaft der Republikaner angewiesen sind. Die EU-Kommission hat Ungarn und Polen vor einer Verletzung demokratischer Standards der Europäischen Union gewarnt. Vizepräsidentin Jorova sagte in Brüssel, die Kritik richte sich hauptsächlich gegen ein kürzlich in Ungarn verabschiedetes Gesetz zur Einschränkung der Informationsrechte von Jugendlichen beim Thema Homo, Trans und Intersexualität. Die Meinungsfreiheit müsse geschützt werden und niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Die Kommission werde nun das Gesetz prüfen und bewerten, ob es gegen EU-Recht verstoße. Jorova zeigte sich auch besorgt über die rechtsstaatliche Entwicklung in Polen. Man registriere dort einen zunehmenden Einfluss der Exekutive auf die Judikative. Das Wetter. Vom Süden bis zur Mitte erneut Schauer und teils kräftige Gewitter im Südosten erhöhte Unwettergefahr. Im Nordwesten viele Wolken und Schauer, im Nordosten oft heiter, 19 bis 28 Grad. Auch morgen vom Süden bis zur Mitte Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, im Norden häufig trocken, 19 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag in der Südosthälfte, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen bis hin in den Unwetterbereich. Das waren die Nachrichten.